So, wir wollten hier lang. Oh, was hat es denn hier? Da lang. Jetzt holen wir uns schnell Chesterfield und dann machen wir hier einen Abdampfer. Zumindest gehen wir dann wieder hoch und fahren weiter schönen Hasen. Oh, das geht ja gesmoothed hier. Kommen wir ganz locker durch. Jetzt müssen wir geradeaus und jetzt müssen wir aufpassen. So, dann geht es den nächsten Weg da hinten lang. So, und jetzt schnell nach Hause. Wir schaffen es bestimmt nicht bis nach Hause. Aber so holen wir uns erstmal noch einen Kühlschrank mit hoch und dann unseren Chesterfield, dass wir da auch ein paar Sachen noch drin haben. Was ist das? Okay. Eine fast vergammelte Keule. Mit der kann man glaube ich nichts mehr anfangen. Gleich sind wir zu Hause. Warum hat es hier... Ach, da unten sind die Spinnen, okay. Es ist zu dunkel und wir haben hier noch Hasen. Ich weiß nicht, was das Ding da macht, aber es wird schon wissen, was es tut. Sag mal... Was macht denn die hier alle? Es ist mir ja schön, dass ihr hier alle rumsteht, aber zu viel. Und wir haben hier ein Chesterfield. Hallo Chesterfield. Wen auch immer ich hier immer mitnehme, ich möchte jetzt erstmal gucken, dass ich mein Chesterfield wieder mitnehmen kann. Komm mal hier lang. Jawoll, das ist unser Chesterfield. So, wir wollten mitnehmen Gears. Wir wollten mitnehmen Gears. Gears. Wir haben keine Gears mehr. Das hat der blöde Chesterfield. Kommt der jetzt her? Ey, der blöde Chesterfield hat unsere Gears geklaut. Ey, hier haben wir keine mehr drinnen. Oder hat er sie? Ne, er hat sie nämlich nicht. Na wunderbar. So, nehmen wir hier den Hasen noch mit. Ich wollte doch nur die Gears mitnehmen. So, hier hat es doch irgendwo noch eine Höhle gehabt. Ne, hier hat es keine Höhle mehr. Doch, wenn wir durch diesen Eingang gehen. Und da müssen wir dann ganz schnell an Chesterfield irgendwie rankommen. So, wir lassen das jetzt alles mal hier stehen und liegen. So, hier kamen wir zu... Da hin. Ist uns aber auch nicht viel weiter, als wenn wir... Obwohl, vielleicht ist es ja eine Abkürzung hier hoch zu laufen. Aber das ist... Da ist es einfacher. Wir laufen unseren normalen Weg. Äh, Chesterfield, komm her. Mensch. Und was dieses komische Ding da oben macht, weiß ich nicht. So, na gut, dann gehen wir nochmal durch dieses Wurmloch und schauen mal, ob mir da vielleicht... Na, schauen wir mal, ob wir da vielleicht... Die Keule, die können wir übrigens weglegen, die ist eh vergammelt. Und ich möchte mal bitte die Axt da oben hin haben, dass ich ein Speer in der Hand habe. Zur Not. Chesterfield, komm jetzt her. Mensch. Somit der immer schimpfen muss. So, wo war denn das Wurmloch? Das ist gleich hier oben. So, dann gehen wir nochmal in die Höhle rein und versuchen bitte mit ganz viel Glück an irgend so ein Chesterfield ranzukommen. Wir tun mal ein. Vor der Tür ablegen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Werden wir dann gleich sehen. Am Ende sind alle weg. Ah, wir müssen das mit dem Chesterfield. Ich tue am besten den Mod einfach komplett raus installieren, dass ich das irgendwie bei der nächsten Aufnahme mal mache. Weil das bringt ja nichts, wenn wir hier irgendwie andauernd mehrere Chesterfields haben. So, du bleibst jetzt mal hier Chesterfield. Und hier der, wer auch immer das ist. Achso, jetzt ist eigentlich das Wurmloch erst. Nein, egal. Ja, wir verblöden immer mehr. Wo war jetzt der Höhleneingang da oben? Haben wir denn hier ein Chesterfield? Bitte, 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 wenn wir jetzt hier runter gehen, bitte ist da Chesterfield. Ja, hier ist einer. Das ist ein Lehrer. Das ist ein Lehrer, Chesterfield. Was will ich denn mit dem lernen? Den kannst du behalten. Jetzt hat sie wieder einen. Ah, ich verstehe die Mechanik mit diesen Chesterfields nicht. Aha. Was bist du für einer? Ein Lehrer. Du kannst hier bleiben. Ich will dich nicht. So, wenigstens ist der noch da. Ja. Ja. Soviel zum Thema unser Chesterfield. Der ist weg. So, na gut. Und wir sind total verblödet. Das ist auf der einen Seite gut. Ist das gut? Eigentlich nicht, weil wir das eigentlich noch gar nicht machen wollten. Ja, da müssen wir uns mal die Schaufel nehmen und schon mal grüne Pilze sammeln. Jetzt kacke. Man sagt nicht kacke. Doch, ich sag das. So. Ähm, dann würde ich mal sagen. Ja, ihr werdet getötet. Vierer Hammer. Man hört es schon. Er kommt langsam. Mal schnell zwei Seile. Ach. Kommt er? Ne, ich glaube er kommt nicht. Da haben wir noch zu wenig Hasen. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal... Wir haben jetzt sieben von diesem Zeug. Das ist eigentlich noch... Zu wenig. Wir haben auch grünen Pilz. So, Nummer eins. Warum ist hier schon wieder eine Augenpflanze? Lass doch mal Chesterfield in Ruhe. Ihr komischen Pflanzen. So, Blume her. Ja, hat sich jetzt nicht so viel gelohnt. Was ist hier? Wir haben auch noch ein Grün. noch ein Grün müsste reichen. Aber immerhin, wir haben ein bisserl was. So... Und einen Kühlschrank haben wir schon wieder. Ich dachte schon, ich habe Hunde gehört. Ich hatte für einen kurzen Augenblick Angst. Komm, ess alle. Ah, wir sind wieder klar. Jetzt kannst du das mal essen. Dass deine Gesundheit ein bisschen höher geht. Und dann räumst du gleich mal hier aus. Was haben wir denn, was wir stapeln können? Es müsste so eine Schnellstapelfunktion geben. Hier anscheinend nichts. Das können wir stapeln. Das Seil. Ich frage mich, warum wir jetzt ein Seil haben. Das kannst du mal essen für deine Gesundheit. Wir bräuchten eigentlich noch eine Kiste. Komm, wir tun jetzt mal dir noch mit ankratzen. So, einmal das hier hinein. Das hier. Das hier. Die kannst du auch mal schnell essen. Das ist für die Mexelmaschine. Das behalten wir mal noch. Das kannst du mal reintun. Die sieben Dinger. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr dazu bekommen. Und sieben, elf mal Monsterfleisch. Wo haben wir das Monsterfleisch her? Ah, ich weiß. Was passiert denn, wenn wir... Komm, schnell noch zwei Bären geholt. Ich möchte nur was testen. Ob wir daraus auch Klöße bekommen. Na, und? Ja, ne Eimann frei. Dann machen wir uns jetzt mal den ganzen Tag über Klöße. Und... Zumindest ein paar. Machen wir so... Viermal Klöße. So, ich muss aber erst mal neuer Tag werden. Ach, hier haben wir auch noch... Moorrüben. Rein damit. Und die Klöße haben... Machen wir da mal hier oben hin. Wir brauchen mal ein neues Holz. So... Dann holen wir uns mal Klöße. Warum ist denn hier schon wieder ein Büffel? Ja, komm, von mir aus ist die ganzen Bären auch... Ähm, Chesterfield, komm mal... Hierher. Und Büffel... Haben wir hier noch einen? Ne, das ist nur einer. Büffel, komm mal her. Wo ist Büffel? Büffel, komm mal her. Komm. Komm. Dankeschön. Hier, zu mir. Komm her. Oh, oh. Du sollst mal zu mir kommen. Du sollst zum... Ach, Mann, hallo. Du... Da kam doch grad so schön zu mir. Warum kommt denn jetzt nicht mal zu mir? Boah, blöder Büffel, ey. Ja, lass mein Chesterfield in Ruhe. Du blödes Vieh. Mann. Ey, ich hau den jetzt tot. Irgendwie. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Haha. So. Einmal so. Ach, Quatsch, hier rein. Wie viel kostet denn eigentlich eine... Ach, können wir jetzt gar nicht hier bauen? Noch eine Lebensversicherung? Nee, die ist hier, dafür brauchen wir eine andere Maschine. Und da bräuchten wir auch vier... Das haben wir aber viermal. So, wir gehen heute nochmal runter. Wir verlassen jetzt dieses Gebiet und gehen wieder zu unseren Lager zurück. Wir bauen uns eine Lebensversicherung, weil wir eh bald ein Arsch sind. Und ich wollte eh mal testen, ob das jetzt anders ist, wenn wir zum Beispiel... Wir müssen übrigens mal eine kleine Pause machen. ...